Traurige News. Köln 50667-Darsteller Richard Heinze und Influencerin Caro Einhoff haben sich getrennt. Auf die Frage eines Fans nach dem Beziehungsstatus der beiden führt der Schauspieler in seiner Instagram-Story aus. Wir stehen nicht mehr in Verbindung, aber zwischen uns ist alles gut. Wir beide stehen absolut positiv zueinander. Trotzdem findet er schöne Worte für die beendete Beziehung. Manchmal besteht der größte Akt der Liebe darin, einander gehen zu lassen. Tiefe Verbindungen haben ein unglaubliches Wachstumspotenzial und es hat mich zu einem sehr viel bewussteren Menschen gemacht. Dafür bin ich sehr dankbar. Zum Schluss wendet er sich mit einer Bitte an seine Follower. Ich bitte euch respektvoll mit diesem Thema umzugehen. Richard und Caro waren seit 2020 offiziell ein Paar, Trennungsgerüchte gab es schon länger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017